Was ist die Neigung zu epileptischen Anfällen? Epilepsie ist an sich nicht wirklich vererbbar, aber vererbbar ist die Neigung zu epileptischen Anfällen. Wir sprechen auch von genetischen Epilepsien. Das heißt, die Neigung, einen epileptischen Anfall zu erleiden irgendwann im Leben, das kann in der Erbmasse sein. So wie wir unseren Vorfahren ähnlich sehen, können wir auch Krankheiten von unseren Vorfahren übernehmen. Aber es ist nicht die Epilepsie als solches vererbbar. Es gibt natürlich genetische Erkrankungen, die in der Folge Epilepsien haben können, oder genetische Erkrankungen, die immer mit epileptischen Anfällen vergesellschaftet sind. Hier gibt es einige Syndrome, wie zum Beispiel ein Landau-Kleffner-Syndrom, das mit Fehlbildungen das Gehirn von Kleinkind an besteht und das immer vergesellschaftet mit Anfällen. Oder wenn wir zum Beispiel am bekanntesten die Trisomie 21 nehmen, das ist, wenn das Chromosom 21 dreifach vorhanden ist, da kann es im Alter dann zu epileptischen Anfällen kommen. Schem已經 Die V objectives Schem V